ok ihr habt euch überlegt ihr habt euch überlegt ist die menge aller konkurrenzabbildungen mit der verkettung als verknüpfung eine gruppe ok die menge der konkurrenzabbildung keine ahnung nennen wir die mal k oder menge aller konkurrenzabbildung mit der verkettung als verknüpfung so ist das eine gruppe was müssen wir als erstes prüfen also vielleicht noch die menge der konkurrenzabbildung der ebene wir haben die ebene und darauf alle konkurrenzabbildung ist das eine gruppe was müssen als erstes testen ob es abgeschlossen ist das heißt ich habe eine konkurrenzabbildung verkettet mit einer konkurrenzabbildung ergibt es eine konkurrenzabbildung ergibt es eine genau ich wiederhole es nochmal laut wir haben eine verkettung von achsenspiegelung und also jede konkurrenzabbildung ist eine verkettung von achsenspiegelung das hier ist eine verkettung von achsenspiegelung und das da auch also wenn das hier die konkurrenzabbildung eine verkettung von achsenspiegelung ist dann kann ich die ja irgendwie nur darstellen als g1 verkettet mit g2 verkettet mit irgendwie gn oder so das ist mein a und mein b ist auch eine verkettung von achsenspiegelung h1 verkettet mit h2 verkettet mit hn oder so ja und wenn ich jetzt eine verkettung von achsenspiegelungen verkette mit einer verkettung von achsenspiegelungen kommt eine verkettung von achsenspiegelungen raus das heißt eine konkurrenzabbildung check abgeschlossenheit gilt was müssen wir als nächstes prüfen genau die assoziativität ist also wenn ich zwei konkurrenzabbildungen verkette und mit einer dritten so oder erst a und b verkettet mit c ist das das gleiche wie a verkettet mit b verkettet mit c ist das das gleiche kann ich zuerst die ersten beiden konkurrenzabbildungen als größere einheit betrachten oder die letzten beiden konkurrenzabbildungen als größere einheit betrachten und es kommt beides mal das gleiche raus habt ihr da ein argument gefunden für chp t hat kein argument gefunden kein wirkliches wir haben es ausprobiert genau hat sich rumgewunden und mit beispielen argumentiert und uns gesagt was wir eigentlich tun müssten aber nicht die antwort gegeben ja das war der schwierige teil bei der aufgabe wenn man das argument nicht kennt das ich euch gleich anführen werde und zwar gehen wir mal auf eine allgemeinere ebene konkurrenzabbildungen sind ja abbildungen das heißt funktionen stecke da punkte rein und es kommen wieder punkte raus na also ich habe eine abbildung gesagt gibt ein punkt rein und die abbildung sagt mir auf welchen punkt der punkt abgebildet wird das macht sie für jeden punkt das heißt ich habe eine funktion die kann man mit so einer maschine darstellen das ist meine erste konkurrenzabbildung wenn ich hier oben einen punkt reinstecke kommt da unten der punkt raus auf den der punkt abgebildet wird eine abbildung oder funktion ok input bearbeitung output das ist jetzt meine funktionsmaschine was passiert jetzt weiter wenn ich den punkt in a rein gesteckt habe kommt der output punkt raus was passiert mit diesem output wenn ich jetzt diese reihenfolge da habe ja genau der plumpst sofort hier in die nächste maschine rein die b heißt und kommt unten wieder raus als der punkt der dann von b abgebildet wird wie geht es weiter der plumpst in die maschine c rein genau so und dann unten raus so das heißt wenn ich drei abbildungen miteinander verkette ist das nichts anderes als dass ich die drei maschinen hintereinander schalte ja ich halte drei maschinen hintereinander jeweils input der output von der einen maschine ist der input von der nächsten maschine jetzt bleiben wir mal bei diesem maschinenmodell und jetzt überlegen wir uns was assoziativität bedeutet ja kannst du sagen genau ich bastel mir um diese beiden maschinen hier oben einen karton drumrum ok ich bastel mir den karton drumrum das ist meine a b maschine ich verkaufe die als a b maschine kombiniere einfach zwei maschinen basteln karton drumrum sagt es die neue maschine und die macht nichts anderes als dass innen drin erst a und dann b ausgeführt wird oder ich verkaufe eine b c maschine die nichts anderes macht als ein karton um die maschinen b und c zu basteln das heißt ich habe drei maschinensituationen die erste ist ich habe die drei kleinen maschinen hintereinander geschaltet a b und c oder ich habe die große maschine a b und dann c hinten dran gehängt aber in a b passiert nichts anderes innen drin als erst durch a und b zu schleusen oder ich habe eine kleine maschine a und die große maschine b c aber in b c passiert nichts anderes als erst durch b und dann durch c zu schleusen letzten endes sind immer die drei kleinen maschinen a b und c hintereinander geschaltet egal welche ich von denen als zusammengehörig betrachte ihr hattet vorhin auch so ein ähnliches argument gehabt wenn ich die konkurrenzabbildung auf achsenspiegelungen reduziere dann ist es egal welche achsenspiegelungen ich als zusammengehörig betrachte also die ersten beiden achsenspiegelungen zusammen und die letzten beiden zusammen weil letzten endes werden trotzdem die achsenspiegelungen immer in der gleichen reihe durchgeführt wenn ich folgende situation habe achsenspiegelungen a b und c wenn ich die die habe dann ist es egal ob ich a und b zusammen als verschiebung betrachte und dann c ausführe oder ob ich b und c zusammen als drehung betrachte und hinter a ausführe letzten endes werden die drei achsenspiegelungen a b c immer hintereinander ausgeführt egal welche ich von oben sozusagen als zusammengehörige einheit betrachte die reihenfolge ändert sich nie und die achsenspiegelungen in der reihenfolge nicht das heißt assoziativität gilt check ihr dürft in der prüfung das maschinenmodell aufzeichnen und mir das dann vielleicht noch mal anhand von achsenspiegelungen erklären das bedeutet aber die verkettung von die verkettung von funktionen ist immer assoziativ auch in anderen bereichen also wenn ihr irgendwie reelle funktionen habt f von x g von x h von x oder so wenn die miteinander verkettet ist assoziativ weil immer dieses maschinenmodell im background für abbildungen gilt ok was müssen wir noch zeigen weil wir zeigen wollen die menge aller konkurrenzabbildungen mit der verkettung ist eine gruppe moment ja ja wir könnten jetzt schon auf die inversen gehen wir brauchen aber erstmal bevor wir uns überlegen das neutralelement genau so gibt es ein neutralelement ja welches die identität was ist denn die identität für eine komische konkurrenzabbildung ja wenn wenn ein objekt auf sich selbst abgebildet wird könnte da auch eine achsenspiegelung der grund für sein muss aber nicht identität sein ich kann ja oder eine drehung ich kann ein gleichseitiges dreieck um 120 grad drehen das ist nicht die identität aber die figur wird auf sich selbst abgebildet das ist die idee von symmetrie ja die drehung genau die drehung um 360 grad oder um 0 grad oder die verschiebung um 0 cm anders gesagt die identität ist doch eine konkurrenzabbildung das ist eine abbildung die die eben auf sich selbst abbildet und längentreu winkeltreu parallelentreu und geradentreu ist ok die identität ist eine menge der konkurrenzabbildung so und jetzt brauchen wir noch die inversen also nicht das inverse bitte sondern die inversen wir müssen gucken gibt es zu jeder konkurrenzabbildung eine inverse abbildung welche könnten das sein gehen wir sie mal durch ja genau bei der achsenspiegelung zeichnen wir mal so ein bei der achsenspiegelung a ist die achsenspiegelung zu sich selbst invers man sagt doch selbst invers ne a verkettet mit a ist gleich id ok achsenspiegelung haben wir wie geht es weiter bei der punktspiegelung ist die punktspiegelung selbst die punktspiegelung müssen wir aber in der regel gar nicht separat betrachten wenn wir die übergeordnete die drehung die drehung um alpha ja genau wir müssen noch ein bisschen genau um den gleichen drehpunkt genau ich habe die drehung um den drehpunkt p um den winkel alpha und wenn ich das verkette mit der drehung um denselben punkt wir können ruhig minus alpha schreiben dann kommt die identität raus ok jetzt haben wir die achsenspiegelung die drehung weiter geht's die verschiebung um den vektor v hat die ein inverses element nämlich minus v gibt die identität genau übrigens muss man auch immer was ich jetzt nicht hingeschrieben habe vorsicht 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 auch links ran verknüpfen weil wir wissen ja nicht ob es kommutativ ist oder nicht können wir uns gleich nochmal überlegen also müssen wir auch dazu schreiben also die drehungen erst das inverse und dann die original abbildung ergibt auch idee genauso hier minus v verkettet mit v ergibt auch idee ok jetzt habe ich keinen platz mehr für die schubspiegelung schlechtes tafelbild also jetzt habe ich mal verraten welche noch fehlt super schubspiegelung wie sieht es da aus was ist das inverse element zu einer schubspiegelung mal gucken ich könnte es vielleicht auch hier unten hin machen ja das geht also ich habe schubspiegelung a b c hintereinander verkettet ok also man könnte wir können auch die drei achse einfach so nehmen und wir könnten auch verschiebungen und achsenspiegelung nehmen und so aber wenn wir wissen a verkettet mit b verkettet mit c was ist die umkehr abbildung b verkettet mit b verkettet mit a genau nur dann fällt c und c weg fällt b und b weg fällt a und a weg kommt die identität raus und genauso andersrum c verkettet mit b verkettet mit a muss auch von links funktionieren verkettet mit a verkettet mit b verkettet mit c kommt auch die identität raus weil erst a weg fällt in der mitte dann b und dann c sind wir fertig warum sind wir fertig ja genau wir mit dem reduktionssatz bewiesen alle konkurrenzabbildungen können zurückgeführt werden auf achsenspiegelung, drehung, verschiebung oder schubspiegelung also auf eine konkurrenzabbildung die aus maximal drei achsen besteht damit haben wir gezeigt zu jeder konkurrenzabbildung jede konkurrenzabbildung ist eine von den vier typen das heißt es gibt zu jeder konkurrenzabbildung ein inverses element check fertig die menge aller konkurrenzabbildungen ist mit der verkettung als verknüpfung eine gruppe ist es eine abelsche gruppe ist die gruppe kommutativ das ist eine gewünschte die